Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Roscoe Fetty Abackel war ein berühmter Filmstar in der Stummfilmzeit. Doch dann wurde er zum Mittelpunkt eines berüchtigten Skandals in Hollywood. Er wurde beschuldigt, eine junge Schauspielerin auf einer Party sexuell missbraucht und deren Tod verursacht zu haben. Abackel musste sich wegen des angeblichen Verbrechens dreimal vor Gericht verantworten und wurde schließlich 1922 für unschuldig erklärt. Dennoch wirkte sich der Vorfall negativ auf seine Karriere aus. Abackels Popularität ging deutlich zurück, was dazu führte, dass er für den Rest des Jahrzehnts nur noch begrenzte Arbeitsmöglichkeiten hatte. Gebrochen und erschöpft, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und er starb 1933 im Alter von 46 Jahren im Schlaf an einem Herzinfarkt. Bevor er zu Hollywood's Latin Lover wurde, verdiente der italienische Stummfilmstar Rudolf Valentino seinen Lebensunterhalt als Taxitänzer, also ein angeheuerter Tänzer, der dafür bezahlt wurde, mit Kundinnen zu tanzen, in einem New Yorker Kabarett. Mit ziemlicher Sicherheit wurden zusätzliche Dienste als Cigolo verlangt und Valentino wurde praktisch zu einem männlichen Begleiter. Er freundete sich mit einer chilenischen Prominenten namens Blanca de Saules an, die unglücklich mit dem Geschäftsmann John de Saules verheiratet war. Das Paar ließ sich später scheiden, wobei Valentino die Behauptungen von Blanca de Saules über die Untreue ihres Mannes unterstützte. Herr de Saules war wütend und ließ Valentino über dubiose Untergrundverbindungen wegen einer erfundenen Lasteranklage verhaften. Der Tänzer wurde zunächst ins Gefängnis gesteckt, musste dann aber einen vielbeachteten Prozess über sich ergehen lassen, und obwohl er am Ende freigesprochen wurde, schadete der anschließende Skandal seinem Ruf als Gesellschaftsfigur erheblich. Und in einer Hollywood-würdigen Wendung erschoss Blanca de Saules ihren Ex-Mann während eines Sorgerechtsstreits um den gemeinsamen Sohn. Aus Angst vor weiterer anzüglicher Publicity floh Valentino nach Los Angeles, wo er weltweiten Ruhm erlangte. Der Singer-Songwriter und Pianist Jerry Lee Lewis gilt als einer der Pioniere des Rock and Roll und der Rocker Billy Musik. Er war siebenmal verheiratet, darunter in einer technisch gesehen begamen Ehe mit seiner zweiten Frau, 23 Tage bevor die Scheidung von seiner ersten Frau rechtskräftig wurde. Aber es war seine dritte Ehe mit der 13-jährigen Mayra Braun, seiner Cousine Ersten Grades, die 1957 die Moralvorstellungen ins Wanken brachte. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.